Andreas, Glückwunsch! Gewinner der Qualifikation, gut gegangen. Ja doch, wie gesagt, mein Sprung war nicht optimal, so ein bisschen Verbesserungspotenzial da, aber ja, es ist ein gutes Zeichen und das war auch mein erster Sieg von der Qualifikation und das ist natürlich auch was Schönes. Bringt mir zwar wenig, aber doch fürs Selbstbewusstsein ist es ein großer Schritt. Und hinter Zarten, speziell dieser Wettkampf, ist es einfach was Besonderes, denke ich. Ja, gerade zu Hause, jetzt für mich auch erster Weltcup-Einstieg zu Hause, noch dazu. Es macht es mir einerseits ein bisschen einfacher und andererseits ist es natürlich schön, also ein bisschen deutschsprachige Fenster und das ist schon okay so. Familie, Freundin, alle da? Familie, nicht ganz so, aber die Freundin und die Familie von der Freundin. Wir wünschen für morgen alles Gute. Danke sehr, danke. Danke sehr, 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 danke sehr Vielen Dank.